Howdy Partners! Hier ein neues Video. Frag den Roger Videos mit echtem Mehrwert. Heute geht es ums neue Design von Facebook. Wie du ja sicher schon mitbekommen hast, seit dem 1. September 2020 ist dieses neue Design komplett am Ausrollen. Das heißt, es geht nicht mehr lange und du hast auch das neue Design. Und deswegen zeige ich dir jetzt, wie es funktioniert. Wenn dich interessiert, wie dieses neue Design ausschaut, was wo weg ist, was irgendwo zu finden ist, dann schau jetzt weiter. Gleich nach dem Intro geht es weiter. Ja, ich habe einen neuen Look. Hier einen neuen Hut. Das wird in Zukunft meine Videos ein bisschen begleiten. Und heute geht es, wie gesagt, um das neue Facebook-Design. Du hast wahrscheinlich schon mitbekommen, dass dieses neue Facebook-Design jetzt per 1. September 2020 definitiv ausgerollt wird. Ist auch ziemlich Zeit, weil das ging jetzt schon circa eineinhalb Jahre von der ersten Vorstellung, damals im März, April von Facebook und dann auf der F8 auch nochmal vorgestellt, wie das neue Design ausschauen sollte. Es gab schon erste Personen, die umstellen konnten. Oben rechts auf das Dreieck klicken und dann hat man die Beta-Version bekommen. Es gab auch schon Leute, die sind automatisch umgestellt worden. Die konnten dann wieder zurück wechseln und ich habe mit meinem Account, den ich euch gleich zeige, schon das neue Facebook-Design bekommen und warte eigentlich schon sehnlich darauf, dass ich das neue Facebook-Design auch in meinem Hauptaccount bekomme. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze ausschaut. So, das ist jetzt also die Fan-Seite und wenn ich hier oben auf das F drücke, dann haben wir wieder den normalen Livestream bzw. den normalen News-Stream. So, Livestream sind wir ja jetzt dabei. Und hier ist schon mal eine große Änderung und zwar hast du die beste Navigation eigentlich auf der linken Seite, schön übersichtlich mit großen Symbolen, dass es auch wirklich ersichtbar ist. Also das ist eine tolle Änderung und wie du hier schon siehst, das hast du vielleicht im alten Design auch schon gesehen, diese ganzen Storys, die hier oben definitiv favorisiert werden, dass du hier ziemlich prominent die Facebook-Suche platziert und hier oben die Freunde, Watch, Marketplace und Gruppen. Und wenn du dir das Ganze jetzt mal so ein bisschen anschaust, dann sieht es im Prinzip fast aus wie auf dem Handy. Weil auf dem Handy haben die das schon vor gut einem Jahr umgestellt. iPhones waren ein bisschen schneller und Android kam dann ein bisschen später. Und die Navigation hier hast du auch wieder über dein Profil. Wo du dann direkt auf die Übersicht deines Profils kommst. Und natürlich auch hier den Messenger, die Benachrichtigungen und eben auch die ganzen Kontoeinstellungen auf der rechten Seite. Das heißt, im Grunde genommen von der Struktur her hat sich nicht ganz so viel verändert. Mit dem Unterschied, dass man es jetzt wirklich viel, viel besser findet. Also von der Übersichtlichkeit her, vom Aufbau her ist es meines Erachtens besser geworden. Jetzt gibt es aber Leute, die halt wirklich daran gewöhnt sind, an das alte Design und die suchen sich dann dumm und dämlich. Etwas, was zum Beispiel schon verschwunden ist, ist in der Info deine Geschichte. Deine Geschichte, also deine Geschichte, die du auf dem alten Design haben konntest, die ist hier schon mal weg. Die findest du leider nicht mehr. Was du hingegen wieder findest, ist ganz normal die Sache mit deinem Profil. Das sieht eigentlich vom Titelbild her ein bisschen anders aus. Mich stört ein bisschen, dass dieses Profilbild hier fast bis in die Hälfte des Titelbildes reinkommt. Das heißt, wenn du bisher dein Privatprofil für die Bewerbung von deinen Freebies oder auch von deinem Kurs benutzt hast, dann musst du natürlich umdenken, dass du hier die Möglichkeit in Betracht ziehst, dass du eben fast, ja, ich würde mal sagen so fast die Hälfte, also so, ja, ist nicht ganz, ein bisschen mehr als ein Drittel, aber nicht ganz die Hälfte, wo halt hier verdeckt wird in diesem Bereich. Wenn du also Titelbilder gestaltest in Zukunft für dein Profil, dann musst du schauen, dass du hier in diesem Bereich keine Informationen hast, die wichtig sind. Was ich auch noch machen werde, ist, ich werde dann mal noch ein paar Größen definieren, damit ihr auch die einzelnen verschiedenen Größen dieser Titelbilder und Profilbilder und so weiter habt. Und ansonsten in der Chronik sieht es eigentlich fast gleich aus wie im alten Design. Also hier haben wir auch die ganzen Posts, die du gemacht hast. Wir haben natürlich auch wieder die Freundesliste, die Fotos, das Archiv. Hier gibt es auch wieder ein bisschen mehr, wo du die ganzen Gefällt-mir-Angaben, das ist auch wieder ein bisschen übersichtlicher geworden. Dann kannst du hier auch ganz normal dein Profilbild bearbeiten, kannst hier ein Titelbild hinzufügen. Das ist jetzt halt alles in so einem Kasten drin, beziehungsweise in so einem Pop-up. Und hier gibt es noch etwas Neues. Du kannst hier ein paar Sachen featuren und etwas funktioniert nicht. Möglicherweise liegt das an einem technischen Fehler, an dem wir bereits arbeiten. Du siehst also, das neue Design hat auch schon ein paar Macken. Also da funktioniert leider nicht alles so, wie es sollte. Wenn du im Moment das alte Design noch hast, bleib so lange wie möglich auf diesem alten Design. Facebook arbeitet daran, das heißt, es wird demnächst ein bisschen anders werden, aber bleib auf diesem alten Design, wenn du diese Möglichkeit hast. Gut, dann gehen wir jetzt mal zurück hier auf die linke Seite. Das Schöne daran ist, dass dieses Facebook-Symbol, das führt dich immer wieder zum News-Stream. Immer wieder. Also wenn du auf das Facebook-Symbol klickst, kommst du immer wieder auf diesen News-Stream, auf die Hauptseite. Und jetzt hast du hier die Möglichkeit zu wechseln auf die Seite, entweder hier über Seiten. Dann hast du direkt schon deine Seiten im Überblick oder kannst direkt eine neue Seite erstellen. Hier kannst du die Seite auch schon für Computer und für Handys im Vorschau halten. Und du siehst hier diese gezeichnete Linie. Das heißt, die Linie wird einfach responsive entsprechend verkleinert. Das heißt, du kannst jetzt neu deine Titelbilder so gestalten, dass sie, also ich würde schon sagen, dass du rechts und links und oben und unten noch ein bisschen Platz lässt. Aber wenn du hier dieser Linie nachschaust und dann auf mobile Ansicht wechselst, dann hat es sich einfach verkleinert. Das heißt, das Bild wurde einfach zusammengedrückt und hat jetzt nicht wie im alten Design eine Größe auf der Fanseite und eine Größe auf dem Handy. Das ist also eine gute Änderung, dass du hier auch dieses Profilbild. Bei mir ist es jetzt ein bisschen größer dargestellt. Weil ich natürlich noch die Vergrößerung reingemacht habe, damit ihr es ein bisschen besser sieht auf dem Video. Aber auch hier dann die Vorschau. Und hier kann man die Kategorie direkt hinzufügen, die Beschreibung hinzufügen und dann die Seite direkt erstellen. Also es wurde ganz, ganz viel vereinfacht. Wenn ich wieder zurückgehe, also wie gesagt, hier oben links auf das F klicken und ich bin wieder auf meinem Newsstream. Das ist das Schöne an der ganzen Sache. Dann kann ich hier auf meine Fanseite wechseln. Und was jetzt hier eben auch schon weg ist, ist deine Info. Das habe ich dir vorher schon gesagt auf dem Privatprofil. Diese Seiteninfos kannst du zwar hinzufügen. Was im Moment noch fehlt, ist so ein Impressumsbereich. Den wird aber wahrscheinlich Facebook dann noch ein bisschen besser bearbeiten. Du kannst hier zwar ein Impressum hinzufügen, aber es ist relativ schwierig zu finden, dann auch hier auf der Fanseite. Also es ist nicht sofort ersichtlich wie vorher. Dann die ganzen Infos bzw. Beiträge erstellen kannst du natürlich nach wie vor. Das hier auch mehr. Hier empfehle ich dir aber nicht über die Fanseite zu arbeiten, sondern wirklich über das Creator Studio, weil du da dann alle Möglichkeiten hast. Was ebenfalls verschwunden ist im neuen Design, sind die sogenannten Meilensteine. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel 500 Fans hast und deinen Fans danken willst dafür, konntest du auf dem alten Design einen Meilenstein erstellen. Und diese Meilensteine sind hier weg. Das heißt, die kannst du dann nicht mehr hinzufügen. Und was eben hier auch weg ist, ist so diese, ja ich würde sagen zu diese Info, diese About Me Bereich, wo du ein Titelbild haltest und dir ein bisschen besser, ich sag mal erklären konntest, was du deinen Kunden oder deinen Leuten, die auf deiner Fanseite sind, was die von dir bekommen. Dieser Bereich ist definitiv weg. Allerdings die ganze Navigation, die du vorher oben hattest mit Einstellungen und so weiter, das ist alles nach links gerutscht. Das heißt, du hast hier auf der linken Seite wirklich die ganze Navigation in einem wunderschönen Überblick. Und mir gefällt das sehr, weil ich kann hier auch in den Einstellungen, das sieht dann plus minus etwa gleich aus, ich kann hier auch Instagram und dann hast du jetzt gerade gesehen oder jetzt bist du in den Seiteneinstellungen. Vorher war alles oben in diesem Bereich ersichtlich und jetzt ist die Navigation alles auf der linken Seite. Das heißt, es ist eine riesengroße Vereinfachung, ich muss nicht mehr suchen bis zum geht nicht mehr, sondern kann das Ganze wirklich hier auf der linken Seite entsprechend bearbeiten. Das ist ein riesen Vorteil, ganz ehrlich. Da hat sich Facebook wirklich was überlegt. Und auch hier, das war jetzt natürlich vorher nicht so, weil ich konnte dann auf Seite klicken und wenn ich jetzt wieder hier auf die Startseite gehe, dann bin ich eben nicht mehr auf der Seite, sondern wieder zurück auf Facebook. Das heißt, wenn ich hier in den Einstellungen bin, dann muss ich hier wieder, das ist so ein bisschen zu klein, auf die Seite, auf den Seitennamen klicken und dann bin ich wieder auf der Startseite meiner Fanseite. Die ganzen Werbeanzeigen und so weiter, die Insights sind auch relativ prominent platziert hier direkt, die ganzen Infos und so weiter. Du kannst hier auch direkt Seiteninfos bearbeiten. Dann haben wir hier noch den Standort, die Öffnungszeiten und so weiter, das kennst du ja mehr. Hier das Impressum. Ich schaue mal, ob dieses Impressum jetzt gerade schon besser angezeigt wird. Genau. Hier steht dann das Impressum. Gut, das haben sie jetzt schon geändert, weil beim ersten Rollout von diesem neuen Design haben sie dieses Impressum wirklich ein bisschen vergessen. Und das war natürlich ein Problem, weil in Deutschland brauchst du dieses Impressum. Du brauchst dieses Impressum im EU-Raum wegen der DSGVO. Und das war natürlich ein bisschen problematisch, weil dieses Impressum dann entsprechend weg war. Aber Facebook hat da relativ schnell reagiert. Wenn du irgendetwas suchst und du es nicht findest, dann hat es wahrscheinlich damit zu tun, dass du es entweder nicht gewohnt bist, in diesem neuen Design zu navigieren. Wie gesagt, orientiere dich auf die linke Seite. Hier hast du relativ viel. Und wenn du dann Posts machst, am besten über das Creator Studio. Da habe ich auch ein Video zugemacht, wie das funktioniert. Und wenn wir uns jetzt das Ganze noch mit den Gruppen anschauen. Ich habe hier extra eine Testgruppe hinzugefügt. Hast du auch die komplette Navigation auf der linken Seite. Das ist wirklich schön. Da hat sich Facebook echt was überlegt auf dem Desktop, um uns, sage ich jetzt mal, Marketing oder Social Media, das Leben ein bisschen zu vereinfachen. Und das ist im Prinzip wirklich eine tolle Änderung. Hier gibt es natürlich zwei, drei Dinge, wie zum Beispiel die Navigation, die du teilweise hier hast. Wenn du auf der rechten Seite auf die drei Punkte klickst, hast du hier Möglichkeiten, die Gruppe zu teilen. Entschuldigung, die Gruppe zu teilen oder entsprechend auch die Messer zu senden und so weiter. Also hier hast du gerade direkt alles im Überblick. Die Diskussion hast du auch hier drauf. Ich bin jetzt als Administrator. Du kannst hier zum Beispiel noch Themen erstellen, was du vorher auch schon machen konntest. Zum Beispiel Google Ads und dann kann man, wenn du hier die Themen hast, auf der Startseite in diesem Testeintrag Das ist jetzt auch etwas Neues. Gut, dann hat er das jetzt mit den Beitragsthemen nicht drin. Das kommt vielleicht noch, weil im alten Design konntest du noch so einen Themenbereich auswählen, wenn das so eingestellt wurde. Du hast hier auch direkt den Überblick über die freizugebenden Beiträge, Frage an potenzielle Mitglieder hinzufügen. Du hast hier die Gruppenregeln. Das ist auch neu schon ausgerollt worden, auch für das alte Design, dass du die Gruppenregeln direkt als Gruppenregeln definieren kannst. Du musst jetzt also keinen Beitrag mehr oben anpinnen mit den Gruppenregeln, sondern kannst das wirklich direkt entsprechend anzeigen. Und auch hier wieder, wenn du irgendetwas suchst, entweder hast du es in den Einstellungen irgendwo deaktiviert, du kannst hier auch das Ganze noch personalisieren und so weiter. Also es ist wirklich, das neue Design ist sehr, sehr übersichtlich geworden. Jetzt ist es halt so, das alte Design hat so lange Bestand gehabt, dass man sich so gewohnt ist, dort und dort und dort zu klicken, dass man sich jetzt neu, ich sage mal, nach diesen Problemen dann umschaut und versucht, irgendwo was zu finden. Und wenn man nicht gerade weiß, wo man suchen muss, dann gibt man die Suche eigentlich schon relativ schnell auf. Und ich sehe jetzt gerade, ich habe hier auf dem Hut ein bisschen vom Greenscreen hier hinten, nee hier, ein bisschen, seht ihr ja, es wird bald noch ein bisschen besser ausgeleuchtet, dass es ein bisschen weniger Reflexion hat vom Greenscreen hinten. Aber du siehst, im neuen Design hast du wirklich relativ viel schön dargestellt. Du findest relativ viel schnell und einfach mit der linken Seite. Und wenn du zum Beispiel Einstellungen bearbeiten musst, dann nimm nicht unbedingt dein Handy, sondern geh wirklich hin und mach das Ganze am Desktop. Gut, das war jetzt also mal so ein kleiner Überblick. Wenn du Fragen hast zum neuen Design, dann komm einfach auf mich zu, kommentiere in dem Video unten dran. Da freue ich mich natürlich drüber und beantworte gerne deine Fragen. Und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt demnächst ein schönes Wochenende und bis bald. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal. Und jetzt habe ich dir hier noch zwei Videos als persönliche Empfehlung für dich. Und weiterhin viel Spaß auf meinem YouTube-Kanal.